Micha kommt natürlich irgendwie, der ist Musiker, der will oder sieht, dass in Berlin viel funktioniert, viel Kunst, viel Freigeist, viel unterschiedliches, was sich begegnet und da will er Teil von sein und mit seinen besten Freunden natürlich dieses Abenteuer erleben und auch teilen. Und als Musiker will er berühmt werden. Der will Rockstar werden. Ja, das ist quasi ein Klassiker. Ein junger Mann will berühmt werden mit Musik.